14? Wie alt ist man denn mit 14? Intro, Outro Wenn ihr das Video seht, Freunde, ist es live aus dem Stream Es ist schon 1.16 Uhr Lasst ein Like da, ihr Knechtkinder Lasst ein Abo da Ist umsonst Wie viele Abos haben wir da? Fast 270.000, ne? Wir steuern auf die 300.000 zu, ihr Scheißknechte Ich weiß nicht genau, was ich noch sagen soll Lasst ein Like und ein Abo da Gutes Intro Wollte mich mal bedanken bei euch Es ist jetzt schon mit der erfolgreichste Drop mit LWE, den wir bis jetzt hatten Es freut uns sehr, dass die Sachen so gut ankommen und haben noch viel vor Sind damit viel Herzblut dabei Wir wären nach 1-2 Minuten Soldat gewesen Von daher war es gut, dieses Mal einen Pre-Order-Verkauf zu machen Sind euch sehr dankbar und freuen uns auf eure Meinung zu den Sachen Ich denke aber, dass fast alle, die sich was bestellt haben, auch was Die haben einfach gegen den Netzen gezockt Aber sie haben letzte, nächste Woche ist der letzte Spieltag, ne? Ich bin schon FA Cup, achso ihr meint FA Cup Hä, heute war FA Cup? LOL Holida ist gut Das sieht ein kleiner Alphabet aus 1-0 Leicester Leicester hat gewonnen gegen Chelsea Achso Hätte ich wirklich, hätte ich nicht gedacht Ich glaube, viele würden sich extrem über Fußball-Champions mit Sydney und Willi freuen Wie schaut es damit aus? Wird kommen, mein Freund 20.000 Zuschauer waren beim MFL Cup Was? Digga, das gucke ich mir Self-Clash an Willi, alles gut Alles gut, großer Was? 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 Ja 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 20.000 ist schon echt viel, ne? Bei dem Fußbespielhilfe von 0 auf 20.000? Ja Das finde ich Balic Achso Gut dabei Balic Boah, Weltpass, Hilfe Den muss er machen Ich denke, was war das für ein kranker Pass Kruscher Danke für den Sub Es ist Kunstrasen Ja, ne? Achso Sieht sehr nach Kunstrasen aus Die zocken einfach auf Kunstrasen Ja Achso 40 cm übrigens 40 cm mit Adern Ja Reagier auf Monte, der hat Streamer bewertet Was für Streamer Klassik 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 Perfekt Der hat viele Chancen waren an dem Spiel Und du warst nicht dabei F an Edi Geller Ihr merkt vorhin, es reicht nicht, ja? Es reicht nicht für Edi Geller Bei niemanden Wir kommen irgendwann noch Wir kommen irgendwann noch Wir kommen irgendwann noch Die Liste war schon alt Achso, ist es älter das Video oder was? Der Mann ist noch 40 Meter groß hier Klassiker Guter Da hat jemand in Krawatte Gute Flanke auf dem Halbfeld Steckt da hoch, Platte hingehalten, dann war es ja der 1-0 vielen dank für den 13 13 monate mein freund vielen dank für den support so eine lange das video nicht aber die tabelle mod hat dich auch in den stream bewertet was für ein video denn dinger abstoß aber die kriegen auch gegen die dummköpfe gegen den letzten hilfe brahim zeigt mir zeigt mir zeigt mir zeigt mir zeigt mir klein und kante sein super hat aber gut gemacht er hoffte sich zu beschweren geht er jetzt reinkommen oder das ist ja quatsch das ist ja sehr gerne nach so richtig dumm ist quatsch 1 1 aber ist eh gelaufen die saison gratis lava ist meister aber siegprämie hätte man trotzdem noch mal mitnehmen können siegprämie hätte man trotzdem noch mal mitnehmen können muss man beim laufschild beim waschen auf etwas achten oder einfach rein damit einfach rein damit aber ganz schont halt waschen 30 grad ist das normale siegprämie geht flöten das ist das so ich sehr brah ich sehe ich bei dortmund everything has changed every day 24 7 you call my name and i will come running yeah everyday 24 7 yeah everyday i will come running babe we Bis zum nächsten Mal.